Hallo, wir kommen gerade aus unserer Parteivorstandssitzung und wir haben so intensiv und konstruktiv miteinander diskutiert und sind gemeinsam zu einem einheitlichen Beschluss gekommen, wie wir unsere neue Parteiführung wählen möchten. Erstmals in der Parteiengeschichte können sich Teams bewerben und wir werben ausdrücklich dafür, dass das passiert. Einzelkandidaturen sind auch möglich. Die Mitglieder jedenfalls werden breitestmöglich beteiligt. 440.000 Mitglieder können mitmachen. Es lohnt sich also, Mitglied der SPD zu sein. Und jetzt geht's los, ihr lieben Leute. Macht mit, wir freuen uns.